Dujang Ye, köstliches Essen und Pandas, das ist die chinesische Stadt Chengdu. Ich lebe und arbeite hier bereits seit acht Jahren und es gefällt mir sehr. Ich bin Wuyong Yi, Leiter der Einkaufsabteilung der Tie Shen Group. Die rasante Entwicklung des chinesischen Schienenverkehrs hat die Städte und Menschen einander näher gebracht. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug fahren die Menschen zur Arbeit, verreisen mit der Familie oder besuchen Freunde. Die Tie Shen Group ist Marktführer und wichtiger Lieferant für die Kerntechnologien und Schlüsselprodukte des chinesischen Schienenverkehrs. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Stromversorgung, Kommunikation und Spezialausrüstung. Die von uns entwickelten Kerntechnologien und Schlüsselprodukte für den Schienenverkehr sorgen dafür, dass die Fahrzeuge schneller, sicherer und stabiler fahren und steigern so das Fahrerlebnis der Fahrgäste und sichern den sogenannten Speed of China. Ich freue mich sehr, einen Beitrag für die Ausrüstung des chinesischen Schienenverkehrs leisten zu können.